Musik 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 I'm busy with big Spanish steel sculptures, my tool is the air, I am the earth-smith, and I need the air, the air is sculpturing for me and Und da ist mein Stuhl, mein Hammer und ich mache Implosion-Sculptures. Also, ich bilde Stein-Steel-Bodies und ich thug aus da, auf der Erde, dann sculptiere ich für mich. Ja, 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 ja. Du hast es! Nichts passiert ohne Regeln, nicht in unserer Welt, nicht in unserer Leben. Und das ist das gleiche mit meinen Skulpturen. Es gibt eine Art von organischen System, hinterher alles. Und es ist kein Chaos, es ist ein bisschen random. Natürlich, das ich mag, aber das ganze Prozess, ich habe das Konzept in meinem Kopf, dann beginne ich einen Prozess. Und dann am Ende, da ist ein Result, das ich akzeptiere. Und das Result ist... Ich weiß jetzt ein bisschen, was passiert am Ende. Also, ich kann es nicht abholen. Ich darf nicht abholen. Soll es die Nummer abholen. Ja, das ist ja so. Ich habe noch eine Kugelbekmale. Ich habe noch eine Kugelbewð. Das ist ein Kugelbeweg. Ich möchte Dinge nicht planen, in einer humanistischen Weise. Wir planen alle Dinge, alle unsere Stadt, alle unsere Systeme, unsere Infrastruktur. Alles ist planen, planen. Hier sieht man die Architektur rund uns. Aber es gibt etwas mehr in der Welt, die unsere Leben und unsere Direktion. Wir können alle Dinge planen, aber es gibt nur einen Weg. Es gibt auch andere Weg. Ja, ich habe den Invitatio, um eine Exhibition in New York zu machen. Mit meinen Schildern auf der Park Avenue. Und das ist eine sehr große Sache für mich. Das ist in 2014. Das ist eine grüne Strip auf der Park Avenue. Und da möchte ich sehr große Manhattan-Pieces setzen. Und dafür bin ich beschäftigt. Ich produziere jetzt Sculpture-for-Sculpture-for-New York. Also, in der Art Fair, wenn ein Paar kommt, dann sieht der Mann meistens eine technische Perfektion. Und er hat seine Frau, die Frau, die Frau, dann sieht man die essentiellen Dinge. Und es gibt auch eine schwere Sache in meinen Schildern. Es ist Masculin und Femal. Es gibt Power, aber auch Softness. Und natürlich, ich hoffe, es ist rund und hat mehr von unserer Leben in der Sculpture. Ich habe schön gerade, Antoinette. Dann machen wir mal Schluss. Danke, Danke, Danke. Danke, Danke. Danke, Danke. Das war's bei der Sala. Level 60. Ja, und jetzt noch mal 50. Das waren du noch nichtund. So, so extrem. Um ehrlich zu sein. Doi, toi, toi! ARGH!